Man hat es nicht das ganze Jahr und es ist dann auch wieder schön, wie man es hat. Und mein Ziel ist dann mal selber auf die Alp gehen und auch mein Geld verdienen. Seit ich zwei Monate alt bin, bin ich immer zu halb gegangen im Sommer. Ja, wenn ich gewachsen bin, gehe ich etwa noch. Das Beste ist der Bock, das macht ja auch die Jungen. Wenn es gerade da wunderschöne Blumen hat, kann ich nicht wieder stehen und das Blumenstrisse hinzubringen. Ich gehe gerne zurück zu unseren Leuten ins Tal. Früher ist es ein Abschied von der Alp, weil man nie weiss, ob man es nächstes Jahr umher darf. Ja, ich würde es definitiv vermissen, wie ich noch mal in die Alp. Ich gehöte einfach dazu, das ist mein Leben. Und die Alp. Untertitelung des ZDF, 2020